Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Adventskalender-Folge und heute war Türchen Nummer 19 und ich würde sagen wir legen mal direkt los und mal gucken was ich heute für euch für diese Forschung habe. Okay, los geht's. Und heute spielen wir mal ein kleines Minigame und zwar Christmas Chaos 2 und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was machen und dann müssen wir hier den Santa verteidigen. Für so einen Chat, jemand hat den ganzen Christmas Geschenke geklaut und jetzt muss man die halt wiederholen und ich versuche das mal. Dann müssen wir erstmal hier Santa folgen und die vielen Geschenke. Also sie waren in den Trees oder sie waren in den Trees, sie waren in den Trees, sie waren in den presenten. So, ähm, ich habe das schon geholt, jetzt sollen wir an die Mine gehen und was bei ihnen hat ein Geschenk schon mal gefunden, ist schon mal gut. Mal gucken, weil dann Verlust am Tag, okay, alles klar. Ähm, perfekt. Und dann kann es als, äh, Skilett. Och, krass, kann man sich reinsetzen zu suchen, das ist schon lustig. Ich heiße mir auch mal auf Dance, aber ist das noch? Geht gar nicht mehr, wir haben Lobel. Oh doch, geht schon. Oh. Oh. Soll ich wiegen muss das kaputt, oder? Haha. Ist wieder alles zerstören und jetzt gibt's den gerade. Okay. So, ähm, roter Monster. Töten wir den mal eben, weil es kann ja nicht sein, dass sie hier auswarten. So, ähm. So. 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 Oh, der ist zu hin. In dieser Geschenk ist immer gut. Und auch, perfekt, gut job. Wenn wir ihn jetzt weiter machen. Neckts. Ah ah Shit Das ist mein Ping Oh das geht ja hier nicht Oh der Frap jetzt muss man sich hier durchgraben Hier spielen kurz mehr diese kleinen Blöden Dinger hier Oh kacke Oh kacke Was ist er jetzt passiert Ok Ah ich weiß nicht wie die Spinn rumstronklet Ich glaube hier immer wieder neu Das ist ja kacke Ich weiß nicht wie die Spinn Ich weiß nicht wie die Spinn Ich weiß nicht wie die Spinn Oh mein Die sind dann noch mal so ein bisschen Ich kann nicht so weitergehen, die sind echt mega viele Spinnen Ich bin da oben oder so, ich glaube schon Ich bin da oben immer Das geht schon ab hier, ne Dumme Typ hier, ey Was sind aber echt zu viele? Am Dauerklicken tut der Hand nicht gut Perfekt Was auch mal geschafft Nice shop Zumindest nur Zombies Perfekt Perfekt So, ich bin da tot Scheiße Ich bin da tot Ich bin da tot Sorry, das ist okay Wie viele das ist Christmas Chaos? Zwei Ich bin da tot Zwei Und jetzt Kommt euch in die nächste Runde Aber Ich weiß mich nicht, weil das Video schon ein bisschen zu lang Und ich denke, wie ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen Ja, es sind positive Wettung da Haben wir vergessen Und tschüss